Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Der Herr der Ringe, Der Krieg im Norden. Tschüss. Tschüss. Ähm, ich fliege gerade ein bisschen. Kleiner Stellungsfehler hier. Ähm, neben mir steht Black Dragon als Urlaubszwerg und Bloody Cat da hinten als Bogenbären. Ist schon ein bisschen vorausgerannt, weil sie Loot gefunden hat. Das ist unsere kleine Lootnase. Ich höre hier. Joot. Guck mal, jetzt hast du einen neuen Titel. Jetzt bist du nicht mehr der Bogenbär, jetzt bist du die Lootnase. Ich bin suchend Nase, klingt aber besser als Bogenbärnd. Krieg ich diese Vögel jetzt erwischt? Nein. Ich glaube, die sind nur Deko. Ja. Das ist nicht... Oh. Okay, waat, zurück. Hey. Oh, der konnte schön fliegen. Ist der beim Brot geslidet? Ähm. Okay. Ich mag das Ding. Ihr starbt vor mir, Dämonen. Oh, da lebt ihr doch. Jetzt nicht mehr. Wir sind in einer Explosion umgekommen. Ja, und die Kisten habe ich nebenbei auch kaputt gemacht. Ah ja. Joot! Sag doch, Blutnase. Hört sich an um die Blutnase. Habe ich eine blutige Nase? Du machst den Gegnern höchstens eine blutige Nase. Ja. Und was mache ich in meinem Feuerunterpopo mit meinem Bogen? Irgendwo kommt man hier auch an den Seiten runter. Echt? Meinst du? Ja, ich weiß aber nicht mehr wo. Blut! Nee, ich fühle mich hier nur noch an der Leine und suche den, suche den. Hier, glaube ich. Achtung! Glaub ich. Oh, hallo! Ich gehe mal kurz aus dem Schuss, Fans. Scheiß, okay. Gern. Alter, Ruck. Das klingt mir, als hättest du Angst. Das Schöne ist, ich kann doch den Heim prügeln, er ziehe ich mir Leben ab, ich kriege es wieder. Okay, das wird mir doch so viel. Boom. Das heißt, immer noch Dunel sein, das üben wir doch mal. Da oben, ja? Da oben, du hast jetzt deine Pause. Mal lagen, ja. Eine Heilmagic-Schnappisch abgenommen. Alter, kann man mitschießen. Oh. Okay. Das war er. Oh, die Blutkanzer. Lut. Ah, gibt doch nichts anderes als Lut. Kischt! Kischt! Oh, eine goldene Kette. Oh, das krieg ich. Ein Brustschuss. Eine Hose. Pilze! Das ist genau, was ich brauche. Ist es das? Ja, ich habe... Einwaschen! Bitte einwaschen. Was haben wir hier? Nee. Na, da kann ich nicht führen. Jetzt habe ich schon dreimal Frost zu übs. Wir können ja tauschen. Bist du besser? Nein. Wir können ja tauschen. Bist du besser? Bist du besser? Nein. Bist du besser? Ja, ich habe ja das mit Feuerschaden, nur alleine ist das relativ blöd. Äh, ich habe eins mit 98 bis 124 Schaden. Okay, äh, Zockebar? Äh, nee, hat aber plus vier Wille und plus vier Eisschaden drauf. Ich habe eins, das ist 108 bis 138. 1,4 Schaden versus Orcs und äh, 15 Blitzschaden. Ja, das klingt gut, das nehme ich. Hauptsache Einhänder. Kannst du blutzen? Das müsste ich jetzt rein theoretisch... Alter, das kann ich nicht nehmen. Ah, toll. Nur wieder zurück. Ich kann die jetzt nicht ausrüsten. Schwert der Elbenschmiede Einhänder. Steht aber nicht die Begründung, warum ich es nicht nehmen kann. Dieser Gegenstand kann nicht einen anderen Handge... Äh? Fehlt dir dafür vielleicht der Skill? Also mein Charakter braucht zum Beispiel extra den Skill dafür, dass sie zwei Wachen führen kann. Weiß nicht, was man bei denen dann skillen muss. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich habe, äh, muss doch bei dir im, ähm, 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 skill tree stehen. Weil, ähm, was du da hast. Okay, dann muss ich demnächst mal gucken. Oh, da ist noch ein Loot-Ding. Oder habe ich den schon? Ich glaube, den haben wir schon, oder? Nein, den habe ich noch. Den gibt es noch nicht. Nee, da war ja auch ein bisschen versteckt. Ah, aber ich habe den mit meiner Nase gefunden. Ich sage doch Loot-Nase. Sie hat einen übersehen. Was? Ich bin besetzt. Den hatten wir doch schon. Den habe ich doch gefunden. Hä? Echt? Ja. Dann habe ich ihn übersehen. Wer ist, wer ist hier die Loot-Nase? Ich. Oh, da sind noch mehr. Wo wirst du denn hin? Hallo? Freund? Ja, ich will, dass sie immer so dicht an einem Haufen stehen. Das wäre natürlich geiler. Oh, da sind wir schon gut. Okay. Aber, ja, ich auch. Wow. Alter. Oh, sie ist großartig. Er treibt die Dunkelheit. Junge, heil dich doch mal. Alter, ich komme noch nicht weg. Uah. Furchtbar. Weil jetzt Treffsicherheit ist so über 9000. Geht hier in Deckung. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Du da hinten, ne? Du gehst mir schon eine ganze Weile auf den Senkel. Jetzt hör mal auf, hier rumzuschießen. Wenn hier einer rumpullert, sind wir das. Weiter. Okay. Okay, der hat meinen Stab in seinen Arsch reingerannt bekommen. Gut. Er lag in. Irgendwas ist da. Ja. Hier, Freunde. Sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Wie ist er auf mir? Gut. Ich liebe diesen Vogel. Also hier ist Blut Nummer 1. Oh. Es ist nie. Es ist mal. Gold. Kischt. Kischt. Ne, ich habe Tunnel. Hier ist noch ein Blümchen für Sefi, glaube ich. Und hier ist nochmal Blut. Ja, hier. Schau mich aus. Ich sehe eine Wand für Dragon. Wie sehe ich auch. Wie sehe ich auch. Wie ist sie für Sefi? Oh, eine meisterhafte Rüstung des Champions. Oha. Oha. Aua. 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 Weg. 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 Komma. Was hast du angestellt? Äh, ich bin um die Ecke gegangen und hatte Besuch. Hm. Ah. Und uns hast du natürlich nicht zur Party eingeladen. Ich konnte doch nicht an, dass die da stehen. Jetzt weißt du, wie es mir manchmal geht. Hey, ich habe wieder doll. Ich finde wieder doll. Weißt du, und dann geht er einfach weg. Ich hatte keine Heilung mehr. Jetzt habe ich wieder Heilung. Jetzt kann ich nicht. Zu spät, jetzt ist er tot. Scheiße. Ich habe Heilung, ich habe Heilung. Ja, Marsch. Ist ja nicht so, dass man mich nur einmal hätte fragen müssen. Gib, gib. Ich weiß, dass hier noch einer um Deckel stand. Ja, da stehen noch ein paar. Oh, wie Kläuse. Ich rieche Loot. Sie gefällt dir das. Weiß ich nicht. Wieso hat es mir dazu gefallen? Äh, hallo. Jetzt lernt ihr einen Dunerlad kennen. Seist du in der Ako. Nein, Heilmitte. Da legt er einfach mal auf offener Straße in Heilmitte rum. Oh, hier steht noch mehr auf offener Straße rum. Alter. Entschuldige, Kat. Mach nichts. Aua. Warum sind die Typen von hinten? Was? Was? Wow. Der nebst doch noch. Ja, gut. Keine Kraft. Danke. Jetzt lasst ihr einen Waldläufer kennen. Hallo, Waldläufer. Hi. Heißt, der lebt noch? Ja. Gott, ich lebe noch. Der ist verbrannt. Keine Ahnung, ich habe mein Schwert in sein Pop. Ich habe mich wieder auf wiederum. Scheiße. So. Ähm. Kirsch. Versteckt. Ich bin schwer vernetzt. Bein ab. Sehr schön. Nach dem nächsten Gefecht könnte ich mein Level abhaben. Ja, ja. Geht hoch. Guten Tag. Entschuldigung, wir wurden aufgehalten. Das steht gleich, ich wollte schon mal einen Superbogen auspacken. Danke. Hab den Namen nicht gesehen. Sorry. Da geht es ja noch weiter. Ich glaube, da ging es zurück. So. Ja, ich glaube schon. Na, aber hier ist schon ein Lothar, den ich halt. Ich muss sehen. Oh, den habe ich schon. Hm, hm. Und wieder den ganzen Weg zurück. Da ist Dragon. Wo ist Cat? Und da ist Cat. Wieder euch. Schleicht sich von hinten an. Ist ja auch ein Waldläufer, die schleichen herum. Hab ich die hier schon mit? Ja. Ist das eine Blume für mich? Nee. Hier ist sie. Loth. Aber das ist die Loth-Nase. Ich wollte auch mal was finden. Nein. Nein. Aber warum denn nicht? Weil ich Gloth-Nase bin. In etwas. Hast du Angst? Wo? Ja. Nicht unter uns. Ja. Oh, jetzt ist hier schon was da. Nee. Geh weg. Und ich werde nicht zur Party eingeladen. Sag ihm das. Hey. Kollege Schnürschuh. Kommt mal einer. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. So, der hat schon mal Rüstung weg. Ich bin da mal aus der Ferne drauf. Du machst das. Du machst das. Död. So, Durang hat ein Loth-Loth-Loth, oder nicht? Äh, ja. Der sich heilt. So, bleib liegen. Lohnt sich nicht aufzustehen. Sehe ich deinen Shop? Ja. Ich glaube, das ist der Shop, den wir von unten gesehen haben. Kann sein. Obwohl. Ja. Hallo. Ciao. Sie werden immer schneller erledigt. Ja, ich mache ja auch über fast 3000 Grundschaden. Ich habe keine Kraft mehr. Ah, keine Energie mehr. Attacken. Den wird bei mir gar kein Schaden angezeigt. Ah ja, jetzt. Da ist noch was. Ich gehöre zum Mittland. Lass mir noch nen Gegner übrig. Oh, ich hab mein Level ab. Kannst den umbringen? Die sind tot. Oh, Loot. Oh, der ist auch mal gesucht. So, ich hab ein Level. So. 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 Ja, komm. Tata. Verkaufen. 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 Ähm. Was ist denn für den hier? Irgendwas ist Ausdauer erhöht? Also hier steht nicht, was ich benötige um... Mit so Wille brauche ich für bestimmte Ringe und Amulette. Aha. Ausdauer, Rüstungsteile... Oh, ich kann ja auch kaufen. Aber hier steht nichts, was ich brauche um zwei Waffen zu tragen. Also wie gesagt, bei mir war das ähm... Schatz des Drachen. Okay. Bei mir war das einfach ein Skill. Okay. Okay. Genau, hilf mir! Ich weiß noch nicht wobei, aber naja... Sie wird schon wissen wobei... Sie wird schon wissen wobei... Wobei... so... so... shoppen! Hm... So... das mal... Gibt's hier irgendwas Neues? Hm... Nimm ich das mal. Hm... So, Verkaufen. Aber ich glaube, die EP-Ausrüstung behalte ich glaube ich noch. Ich bin gleich wieder eingemacht. Ja. Tja, also ich schwimme schon in Geld. Also ich weiß ja nicht wie's dir geht, aber ich schwimme ja schon in Geld. Also ich kann mich nicht beklagen. Hm, Kito. So, beklage. Kito. Bin ich nicht hübsch? Bin ich nicht blau? Äh... Blau? Ähm... Ja, Kat? Oh, danke. Ach ja, stimmt! Kette, Kat! Sagst du mir was? Was? Ich hab vergessen... Ich hab vergessen die bei mir zu kaufen. Hä? Sehr viel. Ja! Stell dir vor, sowas passiert mir. Ich finde, dieser eine, den wir da in der Belohnung drin hatten, sieht aus wie so ein Brotmesser. Äh, ich find das sieht aus wie so ein Handsuk-Katana. Irgendwie sowas. Irgendwie so voll das süße kleine Brotmesserchen. Das ist ein... Warte. Das. Das sieht doch süß aus, wenn ich mein kleines Messer hier damit vergleiche. Das ist unfair. Vor allem wie die Schwerter immer größer sind als das Werk selbst. Ich find das immer sehr herrlich. Ja. Weiter geht's. Ich glaube, wir sind auch bald da. So viel kommt hier, glaube ich, gar nicht mehr. Schon? Ja, der... Der Dungeon hier oder der Slavik hier ist gar nicht so lang. Hallo! Hecho! Aufs Maul! Oh! Er hat Verstärkung dabei! Oh! 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 Mach den fertig! Sind dabei! Der Tank rusht hier durch. Ey, ich war auch mit der Fannapathie, ja? Irgendwer schießt der aus der... Aha! Au! Okay, du kriegst den Fall im Arsch. Ein Powerpfeil. Wie er im Buche steht. Hallo! Ich hab mich davon geheilt! Boah! Oh! Der hat seinen Kopf verloren. Ein bisschen Kopfbrusterbüte. Hey, bleib liegen! Hallo, Junge? Gehen wir da lang? Oh! Was ist das? Ich glaube ja. Da vorne ist einer. Hier gibt's ihn. Hier sind noch zwei Kisten. Also, Mini-Kisten. Ja, ja. Ich hab nur geguckt, ob hier oben noch Loot ist. Da unten hängt noch einer. Hallo! Auf ihn! Gehen! 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 Ich mag den Bogen! Stehst Bogen, Bernd? Explosiv war Bogen, Bernd. Oh, kisch! Na ja, genau genommen ist es hier eine Armbrust. Kisch! Wenn, dann ist er Armbrust wert. Und dann ist er Armbrust wert. Und wieder ein Frosty. Du magst Frosties. Ich hab schon drei. Okay. Bräuchter, ich tür alle da. Das wird jetzt nicht so gut. Voll, wie so'n klein verschlafenes Etwas. Oh, hi! Hi! Ich sollte aufhören, um Echo zu gehen. Wollt ihr auch an? Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Komme. Hallo! Alter! 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 Ich will nicht ausweichen. Lass dich! Danke! Oh! Autsch! Ist, äh, das Sterbe. Aua! Höre ich deine Troll? Ich hoffe nicht. Das sind doch schon halbe Trolle hier. Nein, die Typen knurren einfach nur so wie Trolle. Viel kann ich nicht mehr einsteigen. Au! Ich wollte mich gerade heilen! Idiot! Hoch mit dir! Wir brauchen deine Hilfe! Danke! Oh! 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 Ablöse! Der Skill wollte sich gerade nicht aktivieren. Wurde denn da oben irgendwo, ne? Da, auf der Klippe. Alter, wie zieht der denn? Scheiße! Toll, da oben liegt jetzt ein Hallen, bitte, wo ich nicht rankomme. Ah, guckst du, Hallen. Hinter uns auch noch einer. Irgendwo auf ne Klippe. Ja, da. Hier sind noch Kisten. Und hier ist noch sowas, was der Dragon ernten kann. Und die ernten kann? Ja, dieser, dieser... Boxen-Stein-Dinger. Du wohnen. Sag mal. Hier? Vielleicht gibt's ja wieder Gold! Ruhe! Das sieht so aus hier. Gold, Gold. Gold. Loot-Haufen. Ein großer Goldner. Hier ist ne Kischt! Kischt! Ja. So, wir müssen uns aber auch langsam Pause machen, weil wir viel nicht in die Überlänge gehen. Okay. Der Part ist nämlich schon wieder vorbei, Leute. Schade. Ja. Ja, mach das mal. Wir verabschieden uns aber an dieser Stelle schon mal und sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ja. Bis dann! Ciao! Ciao! Tschüssi! Tschüssi! ін Julie. Wie? Wie? Hhöhe! Wie? Und?